Finde drei Ringe in Lazy Lake. Ich würde euch empfehlen, die ganzen Aufgaben immer in Gruppenkeile zu machen, so wie ich das hier jetzt gerade mache, da man da den Repload-Leiter hat und alles einfach für einfacher und schneller geht. So, der erste Ring ist hier jetzt direkt auf dem Baum. Und dann gehen wir auch schon direkt zum zweiten Ring, der sich hier hinten am Dach am Ende von diesem kleinen Shop befindet. Ich weiß nicht, was es genau sein soll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt schon beim letzten und vierten Ring. Lasst auf jeden Fall mal jetzt schon mal ein kostenloses Abo und einen kostenlosen Like da, damit ihr keine wöchentlichen Aufgaben verpasst, die ich hier immer hochlade. Und hiermit befindet sich hier auch schon der letzte Ring. Tanze auf einem Kran. So, wieder bin ich in Gruppenkeile und der Kran, worauf ihr tanzen müsst, befindet sich jetzt in Rikirik. Und ihr müsst einfach hier einen beliebigen Tanz tanzen. Und dann seid ihr auch schon durch mit den Aufgaben. Ich fand, es waren ziemlich einfache Aufgaben. Und jetzt würde ich sagen, bis dann und ciao. So, wiederholt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020